Berühmt so wären es ein Weg mit tausend Stolperfallen. Diese Tour ist meine letzte Chance und ich gebe nicht einfach auf. Du wirst älter. Du brauchst wieder Geld. Wir schlafen heute im Leichenwagen. Ich würde sagen, dass du 30 Pfund Schankfurt und einen Job im Einzelhandel davon entfernt hast, dich zu töten. Ich gehe noch mit ein paar Freunden aus. Der da ist ein Freund von dir. Du hast dich irgendwie verändert. Ich bin die Silberalte Jennifer. Dann musst du dich irren. Irgendwas Merkwürdiges ist heute passiert. Was? Das Publikum ist voll abgegangen. Hast du Vampir-Zauberkräfte? Ja. Ich bin super schnell. Plus ich kann mich in Nebel auflösen. Hör auf! Das ist nicht das, wonach es aussieht. Was der Band passiert, geht nur die Band was an. Ich meine, dieses Vampir-Ding wird uns vielleicht sogar helfen. Jeder Rock-Sender des Landes spielt jetzt eure Single. Hat er gesagt, dass unsere Band jetzt berühmt wird? Ja. Dann rufe ich sofort meine Mama an. Alles in Ordnung? Die Gruppe sind zum Anbeißen. Was wäre, wenn wir wieder zu Menschen werden können? Was wäre, wenn wir wieder zu Menschen werden können? Wir sud quy sugars stimulieren. Wenn wir alles in Ordnung haben, können wir wieder zu diesem Moment treffen. Stop an, dass wir laufen, machen wir was suicide. Das steht.